Über das Schulhaus Goumouin in Bern hat man schon geredet und vor allem viel, viel gestritten, bevor der erste Strich war zu zeichnen. Jetzt haben wir es probiert, zusammen mit dem Quartier, ein sehr nachhaltiges Projekt. Das erste energiepositive Schulhausprojekt in der Stadt Bern, in einer herrlichen Umgebung. Ein sehr schönes Projekt, finde ich. Ich glaube, die Kinder können sich freuen, wenn sie dort in die Schule gehen. Jetzt bin ich gespannt auf die Reaktionen.